Am Freitag wurde ein Cyberangriff auf die CDU-Parteizentrale bekannt. Laut Insidern nutzten die Angreifer eine Schwachstelle in Checkpoint Network Security Gateways aus. Softwareentwickler Checkpoint hatte Ende Mai einen Fix für diese kritische Sicherheitslücke veröffentlicht. Die Schwachstelle wurde bereits aktiv ausgenutzt. Der Angriff erfolgte eine Woche vor den Europawahlen, was zu Spekulationen über mögliche Hack-and-Leak-Aktionen führte. Die Urheberschaft des Angriffs ist derzeit unbekannt. Die CDU äußerte sich auf Anfrage von Heise Online am Montag nicht zum Stand der Untersuchung. Microsoft will 3 Milliarden Euro in den Ausbau seiner Cloud- und KI-Infrastruktur in Schweden investieren. Der Tech-Konzern plant, 20.000 moderne Grafikprozessoren in seinen schwedischen Rechenzentren einzusetzen. Zudem hat Microsoft vor, in den nächsten drei Jahren 250.000 Menschen in KI-Kenntnissen zu schulen. Diese Initiative soll die Wettbewerbsfähigkeit Schwedens im Bereich KI stärken. Die bundeseigene Förderbank Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW wird 110 Millionen Aktien der Deutschen Telekom im Wert von rund 2,5 Milliarden Euro verkaufen. Durch den Verkauf schrumpft der staatliche Anteil an dem DAX-Konzern auf 27,8 Prozent. Der Bund und die KfW bleiben damit trotzdem auch in Zukunft die größten Aktionäre des Unternehmens. Forscher des Fraunhofer-Instituts für Biomedizinische Technik entwickeln ein spezielles Ultraschallsystem zur Behandlung von neurologischen Erkrankungen. Mit dem 3D-Matrix-Ultraschall-Transducer sollen Krankheiten wie Epilepsie, Parkinson, Depression, Suchterkrankungen oder auch die Folgen von Schlaganfällen behandelt und zumindest gelindert werden, ohne operativen Eingriff. Die Forscher setzen große Hoffnung in die neue Methode. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.